So schlaft er schon. Komische Stellung, oder? Ja, schon. Hast recht. Eine komische Stellung. Muss ich mir was vor dir zeigen? So schlaft er fast jeden Tag. Ja. Der ist mein Kopf, der erkennt. So, wenn man so schlafen kann. Ich kann auch wieder schlafen. So, wenn man den Fuß verschränkt. Wenn ich so schlafe, ich kriege einen Krampf. Kann man Beine nicht mehr bewegen. Schon auf fleißig gearbeitet, deswegen schlaft er so. Das hat er gemacht.